Ich dachte eigentlich, dass das jetzt eine Gleichberichtung schon gibt für die Frauen. Können die Frauen so viel leisten wie die Männer? Ich glaube es nicht. Ich kompensiere mein kleines Auto durch einen großen Schwanz. Nutten wollen Bank. Nein, Nutten wollen Schwanz. Sie denken nicht falsch, sie denken überhaupt nicht. Labern dich zu, bist du weg oder taub bist. Nutten sind oft träge, wissen nicht wohin. Deshalb wollen sie zum Zeitvertreib auch ein Kind. Manchmal auf vier, manchmal auf fünf. Ob fünf reint es leider nur fünf, weiter zu sechs. Aber ich lass mich nicht unterkriegen von ein paar Scheiden. Falls sie dich stressen, einfach beleidigen. Oder gib ihr ein Rätsel auf, das wird sie ablenken. Es gibt keine Lösung, aber sie wird darüber nachdenken. Dann wird ihr langweilig und sie will Schuhe. Brecht ihr die Beine, das heißt zwei Wochen Ruhe. Manchmal auf vier, manchmal auf fünf. Ob fünf reint es leider nur fünf, weiter zu sechs. Nutten müssen beschäftigt werden, sonst wird ihnen langweilig. Stell sie an den Herd, fick sie in den Arsch oder schick sie auf den Strich. Nutten müssen beschäftigt werden, sonst wird ihnen langweilig. Stell sie an den Herd, fick sie in den Arsch oder schick sie auf den Strich. Mein Handy pausenlos am Klingeln. Die Note schiebt einen harten Film. Sie will mit mir ins Kino. Ich will eigentlich nur den Abend chillen. Ich verstehe nur Blabla und zückt mir meinen Jeffrey an. Legt dann einfach auf, scheiß auf Frauen. Ich bin ein echter Mann. Wenn die Frau nix zu tun hat, macht sie nur Probleme. Hängt nur zu Hause rum. Will nicht ficken, hat Migräne. Sie ist langweilig und sie ist pausenlos am Gännis für ne Fresse. Ich mach klein Holz aus ihren Zähnen. Und dann kann sie erstmal ein paar Stunden puzzeln. Ich würd mich ja mit dir unterhalten, aber sie kann jetzt nur noch nuscheln. Nix mit kuscheln. Sie will sich mit ihrer Freundin treffen. Aber mal ehrlich, ich lass meinen Hund doch auch nicht telefonieren. Auf allen Vieren kommt sie an, sagt, sie ist von mir im Tor. Jetzt wird die Note auch noch frech. Zack, ein Knüppel ins Kreuz. Und ihren Freunden erzählt sie, dass nur die Brandscheibe ist. Sowas passiert, wenn Nutten langweilig wird. Nutten müssen beschäftigt werden, sonst wird ihnen langweilig. Stell sie an den Herd, fick sie in den Arsch oder schick sie auf den Strich. Nutten müssen beschäftigt werden, sonst wird ihnen langweilig. Stell sie an den Herd, fick sie in den Arsch oder schick sie auf den Strich. And if a bitch don't like me, she wants like women. Every time I come around, you see your wife grinning. Now that bitch be patient me, every five minutes. Not been loved and not been used. Cut wide open, scarlet loose, I'm unbreakable. Not been loved and not been used. Cut wide open, scarlet loose, I'm unbreakable. Cut weiter open, scarlet loose, I'm unbreakable. notやって Philippi aus Schickle auf. I got it done black hoch bei der掃 der Ichке. Deine Herd. Abwehr hat seine Frau sat electronics, Jarrett war und drhhhhiskan i DSL. In Right?